Da bist du lieber Werde. Hallo, ich grüße meine Oma. Grüßt, Paco. Was willst du? Du bist Paco. Du fällst aus dem Rahmen, das gibt's nicht. Letzte Woche war es auch meine Mutter. Ah, diesmal das, weil die mich wieder nervt. Aha, was du nicht sagst. Ach, schön wieder. Oh, da kommt auch unter der Jacke.